Heute sind die Engeln unterwegs. Schau es einmal. Wäre wunderbar. Da drüben auch. Habt ihr das gesehen? Schau einmal wie schön. Ha. Einfach herrlich. Also das mache ich. Das hat es mir schon angetan. Das sage ich dir. Der hat mir das echt angetan. So wunderbar schön. Heute fahren wir gerade um die Kurven. Das ist gar nicht so einfach. Ein Handy gefahren. Und das noch links. So. Hui. Schaut her. Da drüben. Da ist das Kloster. Und so schaut das aus, wenn man zum Waller hinfährt. Wo ich sozusagen nachher... Haha. Einen ganz guten Kappel kriege. Da werde ich mich noch ein bisschen stärker mit dem Kaffee in. Und natürlich ein Nikotiner dazu. Wie es jetzt gehört. Da Kloster Reisach heißt das. Und da Gasthaus Waller. Da fahren wir jetzt gleich hin miteinander. Gell. Und was trinkst du? Haha. Ja. Hey. Ich freu mich so. Ich kann das gar nicht sagen. Da die Bude da drüben. Die gehört auch zu ihm dazu. Der hat das schon erkannt. Was das für ein Netz-Eckerl da ist. Gell. Und ganz vorne nach oben nach 200 Meter links. Da ist das wunderbare und wirklich ein ganz schönes Kloster. Renoviert, gell. Ich sag das du wo den annehmen, den die das Geld heuer. Gell. Muss man sich oft fragen. Also beziehungsweise ich frage mich hin da schon. Aber gut. Ah Schock. Schock her. Da gespannen da. Hat aber auch nett. Da ein bisschen fahren mit denen. Ha. Schön. So jetzt sind wir da. Hallihallo. Ok. Hallo miteinander. Grüße. Ha. Und da finische wieder. So. Meine Tour geht wieder Richtung Norden. Warum? Naja. In einer guten Stunde kommt die Sonne aus. Und dann wenn ich heim fahre, lasse ich mich von der so richtig schön wärmen. Da schaut, das ist auch racherlich. Die Innenseiten natürlich. Und da geht es noch weiter. Zum Fischer Gruß. Das haben sie ja meine vor zwei oder drei Jahren so richtig schön alles umgebaut. Gell. Alles neu gemacht. Da vorne kann ich auch das gleich sagen. Na jetzt. So. Wurst einmal. Fertiger los. Didi. Hallo. Dankeschön. Gibt auch andere. Da schauts. Da ist das. Hey. Mädchen. Schau heute wo es hingeht. Schau heute wo es hingeht. Da ist jetzt auch jeden Freitag der Markt. Habts gesehen wenn man die Leute ein bisschen erschrecken muss. Also ich weiss ja vom Kurs auch. Da ist was dran. Wir schlafen wirklich. Also bis später.